Ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WWE 2K17, meine Karriere. Ihr habt es in der letzten Folge gesehen, die Battle Royale hat Manu Thiele gewonnen und hat mich als letzter eliminiert. Und dafür will ich natürlich Rache. Okay, damit würde ich sagen, fangen wir an mit dem Match gegen Manu Thiele bei Main Event. Quasi werden wir die Rechnung begleichen gegen ihn. Ja, natürlich will ich dafür Rache haben, dass er mich besiegt hat letzte Woche. Damit kann ich nicht zufrieden sein, damit bin ich auch nicht zufrieden. Und ja. Mein Fokus ist da, ihr seht schon. Mann, Manu, du wirst platt gemacht. So. Oder er macht mich einfach platt. Das ist auch natürlich möglich. So. Hafenelfen Suplex, wunderbar. Ja. So und. Wunderbarer Suplex. Ja, ja, komm. Ja, das ist schlimm. Come on. So. Ich weiß, es bringt zwar nichts, weil ich diese Sachen nicht freigeschallt, aber ein bisschen Anreizen müssen wir ja auch. Und. Okay, jetzt müssen wir ihn attackieren. Jetzt müssen wir ihn attackieren. ganz wichtig. So. Zack. Powerslam. Zack, 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 zack. Nein. Das hat Manu gut gesehen. Oh. Nein. 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 Okay, ein guter German Suplex. Ein Mann hat schon was drauf, ne? Ha, ne, ich pass. So. Muss ich so auch ganz klar sagen. Oh, ja. Traum hat er schon Wort, ne? So. So. Komm rein. Ich war auf dich. Wie willst du denn Referee? gut. Da konnte ich natürlich sehr, sehr schnell kontern. Wunderbar. Wunderbar. Au. Und was sagt er jetzt? Ne Powerbomb? Ja. Eine gute Powerbomb. Jetzt geht er schon wieder rein. Was soll das denn? Manu. Guck mal raus. So. Und Pile. Pile. So was. Hier geht der Move. Okay. Das ist ja eine Aktion, die ich glaube ich, seitdem ich den Finisher hier so eingestellt habe, noch nicht gezeigt habe. Wurde auch Zeit. So. Machst du da die ganze Zeit, Manu, hä? Wer denkt dann, ich will, du bist? Nur weil du wie wir eh Kommentator bist, meinst du wärst ein besserer Wrestler? Ja. Nicht mal. Ha. Gut. Ich glaube eher nicht, dass Manu das Wrestling also so wirklich Wrestler sein, anstrebig den mal. Ja. Kommentator sein. Wer? Denk mal sein. Ja. Traum ist zu bleiben? Vermutlich mal. Ich weiß nicht. Äh. Ich weiß nicht, ob er sich mal so ein Interviews mal sich so geäußert hat. Ja. Was für Munzoll, Leute. So. Und. Ja. Im guten Schintz-Kinder-Kamur-Style. So. Elbow-Drop funktionieren nicht ganz. So. Bam. Wunderbar. So. Und da seht ihr schon, wie schnell wir eigentlich oben sind. So. Boah. Was für eine Aktion. Was für eine Aktion. So. Zack. Ja. Lucky. Thirteen. Natürlich wollen wir mal damit auch ein bisschen treffen. Schwächen. Wahrscheinlich würde er nicht da aufgeben. Das ist die Pointe bewusst. Und er hat sich jetzt irgendwo nochmal an. Vielleicht gibt der ja auf. Er ist in der perfekten Position. Volle Kontrolle. So. Okay, Manu kontert das nochmal. Fragt mich nicht, was ich da gemacht habe. Okay, da wollte ich den Stunner ansetzen, aber nicht ganz funktioniert. Oh, was hat er vor? Ich nehm mich. So, ich nehm mich. Superplex. Und dann noch in den Falcon Arrow. Ah, dann habe ich eine Aktion von Seth Rollins geholt. Oh, man muss diese Kombi sind eigentlich sehr, sehr geil. Also ich feier es selber. So. ok jones zu plex oh gott konnte der noch eiskalt da konnte der noch eiskalt eiskalt wie ne wunderschnürze jawoll so ok come on stanna das war's jetzt kommen und er kickt noch aus was für ein sack alles was für ein sack ok komm noch ein paar schläge hier so ein schlapp mal mal und nochmal jau gewinn ist nicht wo er machte noch diesen kick oder machte noch diesen springboard move so für 5 finisher brainbuster ok er hat ihn so gelassen oder er mag den finisher gut der finisher ist auch geil also brainbuster ein guter finisher aber auch ein guter normaler move das auch so ja mann super ex wunderbar manutile und normal ja auch so vielleicht ein super kick ansetzen her so und super geht und das war es kaum wenn er auf die noch nicht nur halb schon rumläuft ist klar ist doch klar dann kick denn aus und den finisher verwendet das geht nur während dem signature mal oder sie gibt es nicht muss uns danach her und anschließend das da ist gleich nee konnte dennoch nein im brett nee ist kein brainbuster es kann wenn das ist einfach nur zu plex jetzt jetzt will er den brainbuster zeigen jetzt will er den brainbuster zeigen wollte zeigen wollte zeigen aber zu spät so zack und dritte und jetzt kommt dein final blow f5 und das war es come on one two three jawoll das war es wir haben dich besiegt manu thiele ist besiegt die rache von der battle royal ist uns geglückt mit einem five star match natürlich ist nicht alles gelungen aber den brainbuster konnten wir zumindest kontern und das ist doch perfekt mit phenomenal one hat gewonnen 18.000 Punkte Durchschnittlich 4,3 Gut, können wir machen Sehr schön Sehr, sehr schön Durchschnittlich 4,3 So Gut Kalisto hat gegen John Cena gewonnen Haltet euch das fest Kalisto hat gegen John Cena gewonnen Das ist doch der Wahnsinn Okay, Night of Champions die Woche Trikotverkäufe Alles klar Ähm Okay Oh Ja, wau mal, komm Hau mal rein Dann haben wir es durch Haben wir das schon mal geschafft Und andere denke ich mal, werden wir noch nichts schaffen Aber Wir haben ja noch die nächste Folge Da haben wir es denke ich mal drin Oder in der übernächsten Da werden wir es auf jeden Fall haben Und ich würde mal sagen Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder Bis dann, haut rein Und ciao